Ich guck mal, dass ich die Stille wegkriege. Sabine, du musst doch mal zur Seite, damit das Pferd durchkriegt. Ja, sofort? Er macht gerade die Box. Glaubt ja. Hallo, Mäuse. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Mäuse. Sie sind hier völlig unterkuschelt. Sie sind hier völlig unterkuschelt. Nenni. Hallo, Maus. Da ist ein Bild, da komme ich nicht ums Eck. Da wird gekämpft. Ich bleibe auf dem Kampf. Da wird gekämpft. Da liegt er unten. Er hat sich aufgegeben. Er hat doch schon aufgegeben. Nicht sanken. Ich habe recht aufgemacht. Ich kann nicht weinen, oder ich kann nicht weinen. Er ist für uns gebürgen. So. Einer soll beinziehen. Nicht, dass du glaubst, dass das fremde Wunde sind, ne? Das ist dein eigener, der dir den Schuh ruiniert hat, ne? Ich habe extra die alten angezogen. Das war, glaube ich, ein guter Plan. Der steht komplett auf dir. Mhm. Der hier hat die Hose aufgefressen. Ich höre es nur knacken. Was wibbelst du so? Guck dir den kleinen Schwacken hier an. Der hat einen Zahn an mir rum, ne? Der sind ja bescheuert, die kleinen Viecher. Das war, glaube ich. Ich verstehe. Scheibe-